Musik Wir von Heibach TV gehen nicht nur dahin, wo es wirklich weh tut, sondern sind auch bestens ausgerüstet. Und was mich heute erwarten wird, das erzählt uns Sarah Königsberger. Ja Sarah, ich muss sagen, die Erinnerungen an den Turnunterricht in der Schule sind ja nicht so berauschend. Was wird mich denn heute erwarten? Also bei uns gibt es eine große Vielfalt an verschiedenen Turnübungen und Turngeräten und die werden wir heute alle durchüben, trainieren. Somit also ganz klassisches Bodenturnen? Ganz klassisches Bodenturnen jetzt nicht, weil wir auch noch andere Elemente haben, wie den Stufenbahn, den Balken und den Sprung. Wir werden heute alle vier Elemente machen und daher werden wir uns nicht nur auf den Boden konzentrieren, aber können gerne auch mit dem Boden dann beginnen. Ich sehe schon im Hintergrund, wärmen sich die Kids schon fleißig auf. Und welche Übungen stehen konkret am Programm? Zuerst nach dem Aufwärmen. Dehnung ist natürlich ganz wichtig. Die Muskeln müssen natürlich warm sein, um Verletzungen vorzubeugen. Wir werden Rolle, Handstand, Rad, Rondart, spezifisch auf die Kinder eingehen natürlich. Welches Kind kann was und auf dem werden wir heute aufbauen. Wir fangen mit dir ganz langsam an, schauen was du schon kannst und dann sehen wir ja, wie wir weitermachen. Und die Kids sind auch bei Wettkämpfen dabei? Die Kinder sind voriges Jahr als erstes Mal an den Landeswettkämpfen Steiermark angetreten. Da haben sich auch vier von ihnen qualifiziert für die österreichischen Landesmeisterschaften. Da waren wir natürlich sehr stolz. Und wir sehen, wie es 2017 weitergeht. Worauf kommt es denn jetzt konkret an, auch bei Wettkämpfen? Was wird da jetzt beurteilt? Beurteilt wird das Können der Kinder, welche Elemente, die Haltung, die Technik und der Auftritt natürlich. Und Sarah, wie bist du eigentlich zum Turnen gekommen? Ich bin zum Turnen gekommen durch meine Großmutter und meine Mutter, die meine Trainerinnen waren. Habe im Kunstturnen auch Wettkämpfe bestritten und mache das jetzt weiter und versuche das den Kindern weiter zu vermitteln. Und wenn man jetzt Lust und Laune aufs Turnen bekommen hat, wo findet man euch? Wo kann man das ausüben? Ihr könnt gerne zu uns zum TV Langenwand kommen. Wir würden uns sehr über Nachwuchs freuen, freuen uns immer auf neue Mitglieder. Und wie jeder der kommt, ist herzlich willkommen. Ja Sarah, und wie du weißt, wir von Highway TV gehen immer dorthin, wo es ein bisschen wehtun könnte. Und ich hoffe, die Batscherler habe ich mir heute nicht umsonst gekauft. So ist es. Wir werden mit dir die Übungen durchgehen, aber zuerst kommt das Aufheintraining. Perfekt, dann starten wir. Wir werden mit dir die Übungen durchgehen, aber zuerst kommen. So, wir gehen dann nochmal auf den Parking rauf. Du kannst dabei die Stütze nehmen. Ersten Fuß raufstellen, Sicherheit finden. Zweiten Fuß raufstellen, aufrichten. Hände immer mindestens auf Schulterhöhe holen. Kopf rauf. Mit Blick auf das Ende vom Balken. Auf Ballenstand, auf Zehenspitzen also. Und dann schauen wir, dass wir gerade drüber gehen einmal. Und runterspringen. Bitte. Also, als nächstes kommt das Mini-Trampolin dran. Wichtig ist der Anlauf. Nicht, dass wir da abbremsen, sondern durchlaufen. Wirklich bis zum Reinsprung. Aufpassen, dass du nicht zu weit vorne und zu weit hinten hupst, sondern direkt am Roten Kreuzger. Wir werden von der zweiten blauen Linie anfangen. Wir werden einen normalen Strecksprung für den Anfang machen. Und vielleicht hast du da noch Lust, was anderes auszuprobieren. Wir versuchen jetzt auf der Matte eine Rolle vorwärts zu machen. Wichtig ist dabei, dass du deinem Kind immer beim Brustkorb hast. Wenn es dann zurückkommt, kann es sein, dass du aber nichts sonst wehtust. Und das wollen wir natürlich nicht. Wichtig auch ist, dass du die Hände immer durchgestreckt lässt und drüberrollen. Du schubfst sie quasi nur mit den Füßen vor. Die Hände bleiben gestreckt. Und eigentlich berührt der ganze Kopf eigentlich nie den Boden. Oh klar. Ja, das ist gar nicht schlecht. Beim Rad ist wichtig, Körperspannung, Bauchanspannung, Bebohranspannung, weiter Ausfallschritt. Und wenn der Fuß vorne ist, geht die Hand das erste runter und dann die zweite Hand. Wenn du es auf die Seite machst, eben genau anders. Und wenn du es auf die Seite machst. Und wenn du es auf die nächste Spur-Sendung freit.